Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir lernen jetzt die Arbeitstage. Die Tage Montag bis Freitag sind die Arbeitstage. An diesen Tagen arbeiten wir. Wir arbeiten von Montag bis Freitag. Am Wochenende arbeiten wir nicht. Am Wochenende haben wir frei. Ich arbeite am Samstag und am Sonntag nicht. Manche Leute arbeiten aber auch am Samstag oder am Sonntag. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.